Selma Legrand-Hedlund ist die Reporterin. Ich habe Arbeit für dich Selma. Eine Reportage über eine Alp. Im ersten Fall meiner neuen Serie Die Reporterin reist Selma in diese wunderschöne Märchenwelt. Sie berichtet über die heile Welt der Schweizer Alpen. Ich halte das nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. Weiter, plötzlich verlor ich den Halt. Hier starb meine Mutter. Folgen Sie Selma und mir ins Abenteuer. Begleiten Sie uns ins schöne Sahnenland, nach Gstaad. Und natürlich auch nach Basel, denn hier wohnt die Reporterin. Und hier verbirgt sich auch ein düsteres Geheimnis. Die Dienste Gerda Die Dienste Gerda